Und willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge. Oh, ja, ich muss gar nicht mehr umleben. Russia, du hörst es in den Shutdown intern. Wir putzen Ulo als Killer. Hallo? Hallo zusammen. Wie geht's euch? Okay, ich hab mit Dalu kurz gesprochen. Diesmal hätte für mich die Antwort gemacht, das ist doch auch mal nett. Mikrowave. Äh, hallo. Wow, hatte ich ewig. Ich hab grad mit, ich... Warte mal, ich muss mich kurz nicht in Teams bejuden. Dalu redet mir in die Aufnahme rein. Hahaha. Warte. Okay, okay, fertig gefixt. Er hat für mich die Antwort gemacht. So. Ja. Ich war heute mal... Hat er irgendwas gefunden? Hat einer von euch noch keine Nahkampfwaffe? Nee. Aber danke für die Anmord, die du für mich gemacht hast. Ja, ich hab auf der Nase gebetet. Ich dachte, was mach ich eigentlich. Ich muss hier gar nicht hingebreden. Na, du hast auch im Tiefstück geredet. Ich hab dich noch gehört. Ja, da wühlt es jetzt nicht. Oh shit. Leute, Luftweg, ich hab gehört, hier ist ein Mörder in der Nähe. Wo denn? Wo ist der böse Mörder? Hidelfell? Aua. Oh, schnell weg, schnell weg. Hey. Bist du doof? Jetzt wach, Alter. Ich mach den Job, der Mörder ist hier draußen. Hidelfell, der Mörder kommt, der Mörder kommt. Der Mörder ist doch kaputt, oder? Der müsste doch eigentlich reden. Hallo? Ja, der Mörder ist draußen. Oh nein. Hörst du ihn, Alex? Ja, ich hör ihn, ich hör ihn. Oh, ich hör ihn nicht. Scheiße. Ah, kaputt gesagt, hör dich nicht. Echt hörst du ihn nicht? Echt nicht? Warum nicht? Der ist hinter mir her. Warum hörst du mich nicht? Alex sagt ihm, ich bin traurig. Er ist traurig. Alex sagt ihm, ich bin traurig. Er ist traurig, sagt er gerade. Warte, ich bin ein Übersetzer. Ich lauf jetzt mit dir mit und ich bin der Übersetzer. Okay. Okay. Sag den Dalu, er soll mir ein gutes Kompliment machen. Du sollst ihm ein gutes Kompliment machen, Dalu. Sagt er gerade. Sonst töte ich ihn. Sonst töte er dich. Ich habe alle Komplimente gesagt, die mir bei Kapuze ein. Welches hat er gesagt? Ich wiederhole nochmal. Oh, ganz viele. Er sagt ganz viele. Ich sag jetzt. Der redet immer noch Komplimente. Alex, sag ihm, ich gebe ihm noch eine Chance. Er gibt dir noch eine Chance. Achso, hat er gehört, glaube ich, oder? Ne, ach ne. Er gibt dir noch eine Chance. Ich habe Kapuze schon die ganze Zeit. Ich habe gehofft... Bist du doof? Ich habe gehofft, stöhnen dich dann nicht. Du bist aber doof. Wo bist du denn da? Wem soll ich denn... Wem soll ich ausschalten? Sag's mal. Wem? Wer verdient's? Wer verdient's, ha? McFly. Das weiß ich. Hey! Was ist denn da? Walkie-talkie-test. Hast du auch eins? Ich sehe dich ums... Hallo! Au! 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 Ich weiß, wo Benzin ist. Ist schon wer entkommen? Nein, oder? Das Auto ist fertig. Helft's mir mal! Helft's! Was, ehrlich jetzt? Ja. Du wirst gerade angemacht. Helft's mir mal! Was könnte ich denn für schabernackt tun? Guck noch mal hier rein! Man sieht deinen Kopf nicht. Guck noch mal am Fenster! Du hast eine Falle gelegt! Ich hab's gehört! Du musst nur reingucken! Ich beams! Der böse Mörder! Hallo! Der blöde Mörder! Ich bin jetzt schon da! Und jetzt? Ja! Wie sie laufen! Hallo! Ich beams! Plump! Ja, der dicke Watz steht hier! Ich wollte alle! Läu! Scheiße! Er hat eine Wanne hingelegt! Das war ein schnelles Ende! Das waren jetzt 3 Minuten und 50! Ja! Mal gucken! Nee, ich hab leider nichts! Hallo! Ibi! Mal gucken! Ist er weggekommen? Wer ist weggekommen? Hat er denn für einen Charakter? Den kenn ich! Achso, das ist der! Der hat eine ganz komische Kleidung hier an! Mal gucken wir mal! Ich hab mich grad gewundert, dass ich nur einen Schlag ausgehalten habe plus die Falle! Das ist echt wenig für den Charakter! Ist auch nichts, ne? Nichts los hier! Nope! Oh! Winnie ist weg! Der hat einfach alleine das Boot gemacht! Lol! Nee, da musst du nicht hin! Er weiß nicht wohin, oder? Links! Er weiß nicht wohin! Links! 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 Nein! Nein! Loh! Hahahaha! 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 Ist das geil! Er fährt einfach völlig weit! Aber es ist dazu gut zu sehen! Ja, jetzt geht's mal wieder da, wo er gestartet ist wahrscheinlich, oder? Er fährt einfach im Kreis! Wartet auf einen! Hahahaha! Ist das geil! Oh! Hallo! Hört mich jemand? Hahahaha! Er will wirklich welche abholen, aber es ist keiner! Hahahaha! 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 Hallo Leute! Okay, wir bleiben mal kurz drauf und gucken mal was abgeht! Er sitzt einfach im Boot und schilt da jetzt! Was ist da hinten? Was ist denn da so krass? Ah, das war eine Flair, oder? Hahahaha! Hallo! Oh! Ne, das war nur... äh... Entalyzing da hinten am Fenster! Hört mich jemand? Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Hahahaha! Ist das geil! Hahahaha! 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 Oh, Flocke könnte ihn eigentlich hören! Hallo! Hahahaha! Hallo! Hahahaha! 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 B clairement er mouvement, damit er noch einen kriegt... Hahahaha! ... Im größten moment, wenn er noch einen krägt... Wer macht das Auto? WTF? Wer hängt da? Das ist wohl Flocke. Oh, das ist ein smarter Move. Einbauen. Nun. Oh, ich höre nichts mehr. Schade. Ich höre nichts mehr. Oh, ich komme wieder. Jetzt wollte ich sehen, ob Gunny wegkommt hier, der Freezy. Tommy Jarvis. Ich bin richtig Assi und laufe jetzt zum Boot. Okay, das mache ich. So. Hey, irgendeiner hat gecheckt, dass mein Boot was ist. Ah, mein weiße Chat ist kaputt. Hallo. Huhu. Ah, doch nicht. Hörst du mich? Ich habe eine Falle. Ja, ich höre dich. Komm mal mit, ich habe einen Ausweg für dich. Glaube ich. Ah, ne, doch nicht. Das Boot ist gerade weg. Scheiße. Ich habe eine Falle und einen Autoschlüssel. Äh, okay. Hast du Benzin auch noch? Weil das Auto da hinten ist, glaube ich, soweit fertig. Nee, gar nichts mehr. Okay, dann gucken wir, ob wir Benzin finden hier. Die hauen gerade mit dem Boot ab. Die werden verfolgt übers Wasser. Schnell zum Auto. Schnell. Äh, hier müsste alles liegen. Und Gunny hat hier die Batterie eingebaut. Der war im Boot drin. Das müsste alles hier sein, oder? Nee, Benzin. Achtung, ich mache eine Falle. Wer hat das Benzin am Anfang geklaut? Ähm, Breezy. Der hat das Boot gefüllt. Wo hat das Boot? Ja, der hat sogar einen mitgenommen. Die sind zu zweit rausgegangen. Nee, die wurden aufgehalten. Die sind aufgehalten. Guck mal auf die Map. Ja, ich habe zu Jason gesagt, dass die mit dem Boot abfauen wollen. Der hat übelst lange gewartet am Wasser und hat dauernd Hallo gerufen. Das war ultra lustig. Also, die anderen waren mit mir planschen. Ich habe die wirklich gekriegt, ja. Ja, da ist aber eine. Äh, is das? Was is denn das? Was is denn das? Was is denn das? Was is denn das? Warte mal, ich muss. Ist der Julio jetzt versteckt auch noch? Da hab ich ja gar keine Chance, lebt, lebt noch wer? Julie, wo, was ist denn der? Eine Falle, jetzt ist der Rage, tief der Rage ist irgendwie... Flogge? Hallo? Was für Flogge? Hallo Julie, ich bin wild auf die Sch... Du hast dich schon gefühlt. Die Flogge hab ich aufgehangen. Hallo, Schätzle. Hallo, Schnugle. Oh, da kommt die Jarvis. Lass sie frei. Okay, okay, lass sie frei. Okay, die Lust ist okay, ich nehm sie mit. Nein, nein, nein. Ich kann sie nicht loslassen. Ja, sie muss ich machen. Okay, okay, so. Okay, die Lust ist okay, wir sind wieder gut. Wir gehen einfach spazieren hier ganz brav. Okay, okay. Okay, okay. Aber du schießt sie mich nicht ab. Okay, wir sehen sie, bis später. Okay, bis dann. So, und jetzt? Das hat schon mal nicht geklappt. Er portet sich. Sie haben was ver... Ich... Mein Mädchen will mich aber mit. Ich will... Ich will mein Mädchen... Das kann doch nicht sein, diese Pistole ist doch kaputt. Halt, stopp! So, jetzt gibt's einen Kieferschlag. Da wollte ich extra nicht Julie zählen und hab daneben geschossen. Oh Gott! Ohohoho! Hallo. Wir haben ein Problem, Kunran. Meine Waffe ist weg. Ja, ich hab's gehört. Wir haben das noch größere Problem, dass wir einfach das Haus für die scheiß Küche nicht finden. Ah. Ja, da... Bei den Häusern war ich überall. Hallo? Warte mal! Hallo? Ich weiß doch, dass da wer im Haus ist. Ich mach einen Vorschlag, einen Deal. Sie lassen mich leben. Sie lassen mich leben. Und... Aber nur, wenn sie mein Lied singen. Hey, ich habe gesagt, ich mach einen Vorschlag. Wer ist denn da da? Ich seh's ja doch. Hallo? Tschüss, Kunran. Das Ding ist alles nicht so gut. Nee. Tut mir übrigens leid, dass ich dich zurückgeholt hab an. Ach, hast du? Ja, wir sind beide. Hallo? Ich mach einen Vorschlag. Ich lass sie gehen, wenn sie mir ein Liedchen singen. Wer singt mir ein Liedchen? Sing mir ein Liedchen. Sing mir ein Liedchen. Ohne Scheiß. Okay, das war's. Kunran, du musst singen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Scheiße. Hallo? Nee. Das Boot kommt zurück. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist dein Liedchen. Das war's. Das war's. ich schwimm da mal hin ich will mal gucken ob das Boot da ist der Offizier ist ja noch auf der Web huch was war das denn jetzt schwimm doch hallo ok hallo nein jetzt fährt er raus ich wollte da hinschwimmen ich wollte da hinschwimmen was ist das denn für eine Scheiße jetzt bin ich hier im Wasser was ist das Scheiße na gut was ist das denn er fährt außerhalb der Map bei mir was ist da kaputt glaube ich ich komme nicht mehr aus dem Wasser raus und dann hörst du mich noch was ist das denn ob wo ist er kapuze ich bin hier ich bin der könig dieses felsen na gut ich laufe einfach mal in die mitte ich wollte zum boot schwimmen und es ist unter mich abgehauen ich habe gesehen dass da jemand drin war und dann ist Talo einfach ohne mich abgehauen obwohl ich da hingeschwommen bin das ist ganz schön unfair hallo kapuze wo ist er denn kapuze hier bin ich das ist ein Geräusch hier auf einmal kapuze bist du hier kapuze ich möchte dir noch eine story erzählen bevor ich hier dir sterbe erzähl mir eine Geschichte du hast doch das boot gekentert ne ja hab ich das stand dann noch Dalo ist da hingeschwommen und ist dann abgehauen und wollte hat mich nicht mitgenommen hat er nicht ja guck mal das boot ist weg da oben das hat er einfach weggenommen ja ja ich wollte ihn noch töten alex aber ich muss dich jetzt du bist der letzte wollen wir schwimmen gehen ich da soll ich nicht untertauchen ich habe aber so einen coolen Kill noch UUUUUUHHHHHHHHHHH DEMA SKUUUHHHHH willst wenn ich jetzt die ist aber nicht so cool oder ist untertauchen wie siehst du denn aus ich hab ein Maske oh bisschen alex kommt zu mir Kup, 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 kup. Alex, du hast so einen coolen Kill. Wasser ist langweilig, man sieht nämlich nichts. Okay, romantisch, Alex. Ich zeige dir meinen Rape. Okay, Alex, kennst du den schon? Wenn ich dich rape, kennst du das? Oder Kopfweggschlangen, was ist der lieber? Kopfweggschlangen? Okay, Alex, jetzt wird geraped. Komm her, Alex, komm her, Alex. Schau mal, Alex. Schau mal, Schau mal, Schau mal. Aua. Ich hab deinen Fuß abgerissen. Schaff doch ab, dann. Ich hab deinen Fuß abgerissen, Alex. Aua. Aua, das war schön. Na gut, das war Freitag der 13. Dalu ist unheimlich abgehauen, ihr habt es gesehen auf der Karte. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, haut rein, guckt bei der anderen vorbei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.